Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lance Island. Wir haben am letzten Mal hier aufgehört. Wir wollen quasi neue Inselgruppen oder neue Inseln erkunden. Und ich gucke einmal hier, ob wir hier alles haben. Das sind Pflanzen. Aha, Mariengold. Was ist denn hier oben? Oh, das muss ich ein bisschen üben. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Da oben ist ein... Da oben ist, glaube ich, so ein Monolith oder so, ne? Ach, wo springe ich denn hin? Sag mal. Sag mal. Das wird heute noch was. Ich sehe das schon. Ja, so. Ach, ja, den hatten wir aktiviert, ne? Genau, da können wir auch, glaube ich, jetzt nichts mehr machen. Ja, okay. Alles klar. Gut, so, dann würde ich sagen, rudern wir mal rüber. Das müsste ja die Richtung sein. Ich hoffe, das geht. Ja, wir schwimmen genau richtig. Das Problem ist nur, ich habe Angst. Was ist das denn? Kann ich das einfach mitnehmen? Oh, ich würde es mitnehmen. Warte mal, kann ich es... Oh, warte mal, geht das? Ist hier was Wertvolles drin? Ich nehme das Fass mit, ja? Äh. 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 Also kann man mit dem Boot also auch Sachen, kann man dann farmen. Oh Gott. Spiel gespeichert. Sehr schön. Äh. Wie weit müssen wir denn noch? Na. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr so weit. Okay, wir sind gleich da. Ist auf jeden Fall nicht die Insel mit der Höhle. Weil hier im Wasser kann ich ja nicht mit der Axt interagieren. Ja, wir sind gleich da. So, das Festlein. Das Festlein rollt. Wie geil das Spiel einfach ist. Entschuldigung, dass ich es sagen muss, aber es ist einfach so. Immer wieder. So. Mal gucken, was drin ist. Ja, immerhin. Drei Metall. So, wir sind auf neun Gebieten. Eine kleine Insel. Und da ist die Höhle. Und... Oh Gott, es geht noch weiter. Willst du mich verarschen? Oh Gott, wie groß... Wie groß ist denn das bitte? Ach, du Heiliger. Naja. So, ich bin mal gespannt, was wir hier entdecken. Oh. Mariengold nehme ich mit. Immer in der Hoffnung, dass wir vielleicht Seeds kriegen. Oh. Oh ja. Ein Birnenbaum. Ja, wir kriegen Seeds. Sehr geil. Das heißt, wir können wieder einen... einen... einen Birnenbaum anpflanzen. Stein würde ich mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. So, nice. Ich habe so ein bisschen die blöde Befürchtung... Oh, noch mehr? Oh, noch mehr Eisen. Geil. Ich habe so ein bisschen die blöde Befürchtung, dass hier einfach gar nichts ist und dass wir noch weiter schwimmen müssen. Aber ich hoffe, dass wir... Oh, da ist Mariengold. Mariengold? Oh, da ist... Hä, da ist eine Hütte? Ähm... Ich habe die große Hoffnung, dass wir... vielleicht doch ein bisschen was erkunden und sehen. Clay. Ich nehme Clay mit. Clay, Clay, Clay. Da liegt Glas hier oben. Das nehmen wir mit. Sehr schön. Oh, wie geil die Fußspuren im Sand. Wie süß. Oh, ich mag diese kleinen Details in diesem Spiel. Die sind so großartig. Ich weiß nicht, wer hier wohnt. Das müssen wir rausfinden. Aber es sieht nicht so aus, als wäre die Insel hier sehr gefährlich. Oh, Glas nehmen wir mit. Dann können wir endlich unsere Hütte fertig bauen. Aber die scheint doch ein bisschen größer zu sein, die Insel. Toll, Stein. Wow. Au. Na gut. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sag mal so schön. Gut, Stein würde ich jetzt liegen lassen, finden wir bei uns auch. Aber Clay nehme ich mit, weil Clay ist echt etwas seltener wie Stein. So. Glas, sehr schön. Und hier kommen wir zur Hütte. Was ist das denn hier? Oder können wir hier wohnen? Weil es sieht so aus, könnte man hier einfach... Oh, full. Als könnte man hier einfach, ähm... Oh, Bieren. Ich hau mal welche in den Balch. Es sieht so aus, als könnte man hier anbauen. Kann ich das abreißen? Pagode fahren. Oh, man kann hier anbauen sogar. Oh, das ist ja witzig. Was kriege ich denn raus, wenn ich es abreiße? Was brauchen wir denn dafür nochmal? Clay. Gut, Clay haben wir aber eh voll. Es sieht aus, als könnte man hier... sich ein kleines Häuschen bauen. Das ist ja witzig. Oh, hier wohnen ist aber auch schön, ne? Aber ich mag unser Häuschen am Strand. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Ich muss es einfach sagen. So. Das heißt, wir haben diese Inselgruppe. Ich würde vorne nochmal einmal gucken, wegen, ähm... Wegen Glas, ob wir da alles haben. Und dann können wir eigentlich... Entschuldigung. Und dann können wir eigentlich weiterziehen. Mariengold. Können wir gut verkaufen. So, ist hier noch Glas irgendwo am liegen? Was ist das für ein Schatten? So, hier liegt aber nichts an Glas, ne? Ne, okay. Gut. Sonst hätten wir das, glaube ich, auch hier schon mitgenommen, weil hier waren wir ja schon. Ähm... Ich gucke mal auf die... Da ist... Oh, da ist die Insel mit der Höhle. Gar nicht weit weg. Wir müssen in die Richtung. Ist das richtig? Ja. Ich schwimme rüber. Wir machen es einfach. Habe ich, glaube ich, am letzten Mal schon gesagt. Ich könnte mir echt vorstellen, dass hier irgendwann Haie kommen. Lord, den Chunk. Oh, es lädt. Den Chunk. Ach, krass. Auf jeden Fall ist das die Insel mit der Höhle. Glas. Ja, juhu. Können wir uns einfach spontan ein Bett bauen? Ich frage für einen Freund. Boah, was für ein Riesenbaum. Kann man den fällen? Den kann man anscheinend nicht fällen. Ah, weapon... Ah, weapon tier too low. Ach, krass. Das heißt, das sind spezielle Bäume, die an... Ach, so heftig. Es wird gerade dunkel. Ich würde mir gerne ein Bett bauen. Ich mach das mal. Kann ich nicht machen. Warte, wir brauchen, glaube ich, eine Foundation, ne? Ich würde einmal schlafen wollen. Was? Bett muss... Close. Okay. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Nein, uns fehlt Holz. Nein. Wir können ja kein Holz... Okay, dann reiße ich das ab. Ich würde gern schlafen. Okay, die Insel scheint auf jeden Fall größer zu sein. Da drüben sind Gegner. Was ist das hier? Achso. Ruhig ins Innere der Insel mal gucken. Vielleicht ist ja hier... irgendwas Besonderes. Oh, da war ein Vogel. Hier ist auch irgendwie was. Okay. Okay. Sind die Gegner hier stärker? Ich frage für einen Freund. Moment. So. Dunkle Materie. Hier. So. Sehr schön. Oh. Wir werden nur angegriffen. Hoppala. Oh, hier gibt es so viel Eisen. Alter... Hä? Ich mache das mal weg, das Menü. So viel Eisen. Und dunkle Materie. Nice. Was ist denn hier? Guten Tag. Eine Kiste. Nein. Kann ich die öffnen? Oha. 21 Geld. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hinzureisen. Oh, ein Lagerfeuer. Oh, wie geil. Hä? Voll gemütlich. Das kann ich sogar alles abreißen, wenn ich wollen würde, ne? Was kriegen wir denn durch diese Tür? Steintür. Okay, nichts Besonderes, ne? Hier kriegen wir Clay. Das haben wir aber alles. Teppich. Was passiert, wenn ich mit dem... Kann ich den Teppich abreißen? Okay. Äh. Wollte ich gar nicht... Da geht es nach unten, nach oben? Das ist ja witzig. Eine Geheimtür. Oh, kann ich hier ein Bett bauen? Warte mal. Ich würde gerne ein Bett reinbauen. Moment. Kann ich hier schlafen? Nein, hör auf. Nein, muss closed. Ach, hier ist offen, ne? Oh. Ach, das Dach ist nicht zu, ne? Gar kein Problem. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Kann ich jetzt schlafen? Ja. Sehr geil. Äh. Obere Etage. Das hätte ich gerne wieder alles. So. Dann lass doch mal gucken. Da unten ist die Höhle hier in die Richtung. Hier ist noch, äh... Irgendwo hier ist die Höhle. Ich höre Gegner. Wir müssen auch langsam nach Hause wegen dem Garten und so, ne? Ich gehe erstmal einmal am Strand entlang. Wegen... Ich weiß, die Gegner kommen. Ist mir gerade egal. Wegen Glas und so. Da ist Glas. Glas. Glas, Glas, Glas. Okay. Hier waren wir, glaube ich. Nein, hier waren wir noch nicht. Ich da noch irgendwo Glas rum? Ich glaube, von hier kamen wir, ne? Ja, okay. Das heißt... Oh, Pumpkin. Hm, Moment. Entschuldigung, aber das muss ich mitnehmen. Hä? Hä? So, meine Freunde. Ich weiß noch nicht, ob wir in die Höhle gehen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Äh, ich fühle mich noch nicht da zu ready. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Den Angriff Speed würde ich auch gerne leveln wollen. Demnächst vielleicht mal. So, ist hier noch Glas? Ist so ein schöner Strand? Irgendwie bleibt es hier sehr dunkel, ne? Okay, komm, let's go. Nein. 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 So. Hä? Wieso verliere ich Leben? Bin ich vergiftet? Ich ess mal. Kann ich die Fackel... Oh, ach so. Ah, hier sind Spikes. Activate. Map updated. Okay, da müssen wir jetzt hin. Alles klar. Das heißt, wir müssen da zu den anderen Inseln, um da quasi das Tor hier zu entdecken. Oder beziehungsweise freizuschalten. So, hier gibt es ganz viel Clay. Ich frage mich, ob es in den anderen Biomen jetzt vielleicht regnet oder so. Während wir gerade hier unterwegs sind. Ist hier sonst noch was auf der Insel? Oder war es das schon? Oh, wie schön, so ein kleiner See. Ich gehe jetzt ruhig mal so ein bisschen drinnen. Hier. Oh, da ist noch. Oha. Guckt meine an. Dunkle Materie, nehm mal mit. Also, wie gesagt, ich fühle mich noch nicht ganz ready zum richtig Kämpfen in der Höhle. Aber jetzt haben wir es ja aktiviert. Jetzt müssen wir ja sowieso erstmal woanders hin. Glas, sehr schön. Diese Flaschen, dass sie einfach am Strand liegen. So. Na, sieh mal einer an. Metall haben wir auch fast voll krass. Ich weiß gar nicht, wie das war. Können wir die Inseln jetzt komplett befreien von Gegnern? Oder kommen die irgendwo, also spawnen die irgendwann wieder? Hier ist so eine Brücke. Waren wir schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Ich habe so ein bisschen Angst um unsere Ernte. Deswegen würde ich doch schon gerne so irgendwann jetzt den nächsten Flaschen. vielleicht wieder zurückreisen. Hier ist auf jeden Fall andere Musik. Das höre ich. Gegner. Aber hier ist es ja auch voll schön hier. Oh, ein Tisch. Oh. Na toll. Oh, so ist ja auch geil. Haben wir so ein... Oh, das ist ja mega. Vielleicht sollten wir es auch so bauen. Bisschen Inspiration holt. So, Puff. Oh, hier liegt Geld. Geld. Oh Gott, hier geht es noch höher. Wo geht es denn hier überall hin? Hä, wie geil. Voll der gute Aussichtspunkt. Juhu. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles gesehen auf der Insel. Ähm, ich würde aber einmal... Hallo? Üpa. Einmal hier oben nochmal gucken. Weil wir waren hier oben auf dieser Insel noch nicht ganz. Wir sind ja wieder in die Mitte. Glauben, da ist nämlich noch Glas. Ja, das würde ich noch mitnehmen. Und da ist noch ein Fass. Seht ihr? Und da ein Wasser auch. Uh. Und Metall voll. Wie kann Metall voll sein? Ich hätte niemals gedacht, dass wir Metall voll haben. Aber anscheinend ist es so. Und hier ist auf jeden Fall Holz, was wir nicht mitnehmen können. Das heißt, wir müssen unsere Waffe upgraden. Und das machen wir, indem wir die Werkbank wahrscheinlich upgraden. Und das können wir erst tun, wenn wir den... Wenn wir den Rucksack haben. Ich würde mal gucken, ob ich das Fässchen noch irgendwie an Land schippern kann. Na? 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 Komm mit. So, du kommst mit. Level up. Oh, Bananen. Mh, lecker. So, wo müssen wir hin? Da unten. Okay. Ich gehe erstmal nochmal in die Richtung, damit wir nicht so weit schwimmen müssen. Sehr schön. Wir haben die Höhle entdeckt, wo wir hin müssen. Wir haben Metall gefunden. Wir haben Glas gefunden. Wir haben... Wie viel Glas haben wir denn jetzt eigentlich? Äh... 28 Glas. Alter Schwede. 100 Clay, 100 Fasern, 90 Stein, 100 Metall, 60 dunkle Essenz. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, schwimmen wir mal wieder zurück. Zu unserer Insel. Wir müssen ja... Dahin, dahin und dahin. Gut, das Fass lasse ich jetzt mal liegen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ähm... Das heißt, wir müssen zu den anderen Inselgruppen... Das heißt, wir müssen zu den anderen Inselgruppen... Das heißt, wir müssen zu den anderen Inselgruppen...